Klagergelau, Mentau! Fahre wir so jetzt! Danke! Hallo! 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 Danke! Sie sind geil! Arsch mit Ohren! Hallo! Hallo! Arnsberg, hello! Klager, Mentau! Herzlich willkommen zu Arnsberg Folge 60. Ich sage jetzt mal so, neben mir ist Lars Meissner, der Sitzungspräsident der Klager, der kleine Arnsberger Karnevalsgesellschaft. Ja, die Session ist voll rüber. Heute ist Aschermittwoch. Kleines Grußwort noch eben. Wie war die Session für uns? Ja, die Session ist klein, kurz und knackig. Wir haben alles gut überstanden. Sowohl körperlich als auch geistig. Und wir freuen uns schon wieder auf die nächsten 11.11. Genau. Danken können wir allen Teilnehmern des Umzugs, Lindwurm der Freude für die Regenteilnahme und dass auch alle gesund geblieben sind. Und da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Ja, ich sage auch nochmal Dankeschön. Heute bin ich Mitglied geworden. Ja! Und ich sage dann auch nochmal... Sechstausendste! Und ich sage auch nochmal ein kleines Dankeschön. Und ich gebe erstmal mit Arnsberg Fernsehen in den Pausen-Verfilmungsschnitt Urlaub. Das heißt, ich mache jetzt alle Folgen fertig und Ende Februar, Anfang März würdet ihr euch dann freuen. Und wir sehen uns zum nächsten Osterfest. In diesem Sinne alles Gute und ein dreifaches Arnsberg-Helau-Klarkak-Mentau. Dankeschön! Winken! Und Applaus!